Ich habe dich schon lange nicht mehr in Uniform gesehen. Ja, das war mit Absicht. Tönt mich echt an. Eine halbe Million Menschen sind hier, um den Boston-Marathon zu sehen. Hey! Baby! Bist du auch brav? Wir müssen entscheiden, wer die Ermittlungen leitet. Mit Grenzterrorismus sind Sie zuständig. Sobald wir von einem Terrorakt sprechen, ändert sich alles. Das Delta 984 hat eine Explosion. Wir brauchen Hilfe hier. Bist du verletzt? Mir geht's gut, Tommy. Bitte, sei vorsichtig. Dieser Typ. Weiße Kappe. Das ist er. Heute bitten wir um Mithilfe der Bevölkerung bei der Identifikation dieser beiden Verdächtigen. Wir müssen diese Schweine finden, bevor sie damit weitermachen. Hey! Hast du von dem Anschlag gehört? Ja, hab ich. Weißt du, wer das war? Ich war das. Eine intensive Jagd nach den Verdächtigen. Catherine, existieren weitere Bomben. Weitere Attentäter. Ich will einen Anwalt. Nein. Nein, ich hab recht. Du hast einen Scheißdruck, Schätzchen. Sie haben sich mit den Falschen angelegt. Lufen Sie die Polizei! Wir kämpfen in einem Krieg. Gut gegen Böse. Sie kommen in Wartertown! Wir jagen sie. Fangen sie. Ich glaube nicht, dass die gewinnen können. Wir jagen sie. Wir gehen sie. Der braucht 많은 Geist. Wir jagen sie. Wir tighten sie.